Der Dreck der heute ist eigentlich der Glanz, das Wetter spielt mit. Es sind sehr viele hübsche Autos hier, es geht vorwärts hier auf der Strecke. Also wenig zu erzählen, viele Emotionen, super Porsche Modelle, super Leute, geile Stimmung. Also Porsche sind einfach die besten Autos der Welt. Die Grand Prix Strecke ist halt für diese Art von Autos ideal, weil sie eine Auslaufzone hat. Insofern für solche Veranstaltungen natürlich immer besser eine Grand Prix Strecke mit Sicherheitszone und wo dann auch Leute eher an solche Sachen herangeführt werden können, die eigentlich noch nie mit Rennsport oder mit irgendwas in Kontakt waren. Fazit vom heutigen Tag, es war ein perfekter Tag, tolle Organisation, Vorschulzentrum Saarland. Ich hatte noch nie so einen Spaß beim Autofahren. Jederzeit gerne wieder. Musik 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 Musik